Das ist Anna aus Deutschland. Der Flüchtling. Sie geht jetzt mit uns in Klaas. Herzlich willkommen, Anna. Ich habe so Angst manchmal, Papa, Moment. Ja, wovor denn? Vor dem Anstücker. Du weißt, es ist ja nichts auswäschlich zu sein. Doch, aber ich finde es doch ganz interessant. Ihr Juden müsst doch überall die Besten sein, oder? Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben eure Sachen abgeholt. Kannst du dich an Professor Teitelbaum erinnern? Da haben sie ihn in einen Hundezwinger gesperrt und ihm eine Eisenkette angelegt. Wissen Sie, man geht nicht zum Vergnügen ins Exil. Du bist das Land, in dem du Kind warst. Du liebst die Menschen, du liebst die Sprachen. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, die Mama hat geballt. Du bist eine sehr dramatische kleine Person. Da brennt ein warmes kleines Licht in deinem Herz, Anna. Schütze es. Lass nicht zu, dass es von irgendjemand oder irgendwas gelöscht wird. Blöd, dass ich den Hund mitgenommen habe. Ich vermisse mein Kaninchen. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Du hast es